servus leute was geht und ja heute haben wir dann sehr wahrscheinlich den letzten part von der park bei dem letzten part habe ich das auch schon gedacht aber der ging dann doch noch länger als erwartet aber ich glaube wir sind kurz vor dem ende und falls nicht kommt dann noch ein part da könnt ihr euch freuen und falls das der letzte part sein sollte werde ich mich mal umschauen zusammen überlegen was ich als nächstes spielen soll und ja wir würden jetzt einfach mal hier weiter schauen was hier das geheimnis ist wie exe ist unser sohn tot haben wir unseren sohn gegessen einfach mal abwarten auf jeden fall angenehme musik ich hoffe die können wir gleich ausmachen ich kann das nicht ausmachen egal lassen wir diese schöne musik weiterlaufen buch untersuchen da geht es nicht weiter was machen wir hier das sieht in der hinsel und krägelt aus ok da öffnet sich ein geheimgang gehen wir einfach mal durch oh shit wo sind wir in der hinsel Oh, chillig. Scheinbar sind wir die Hexe. Und so haben wir scheinbar unseren eigenen Sohn umgebracht. Und scheinbar, dass das Spiel damit auch aus. Oder auch nicht. Und so haben wir uns gedacht. Und so haben wir uns gedacht. In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Das war die Story von dem Gelb, ich hoffe das Gameplay hat euch gefallen, lasst gerne eine Bewertung und einen netten Kommentar da oder auch Vorschläge in den Kommentaren, was ich als nächstes zocken soll. Ich hoffe wir sehen uns beim nächsten Gameplay oder was Test, bis dahin machts gut und tschau.